Servus Leute! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin unter dem 3x3 Meter Tarp hier im Wald. Und ja, so ein Halbtipp hier habe ich mir aufgespannt. Es ist ein bisschen windig und sie ist schön mollig, warm und geschützt. Gefällt mir sehr gut. Ja, aber deswegen mache ich das Video nicht, sondern ich möchte herzlichen Dank sagen. Ich habe 5000 Abonnenten, 5000 plus und freue mich tierisch, dass ihr immer noch dabei seid. Vor sechs Jahren habe ich ja angefangen oder fünf, ich weiß gar nicht auswendig. Und die Leute, die von Anfang an dabei waren, sind immer noch teilweise da und es freut mich tierisch. Eine klasse Geschichte. Es hat sich viel verändert bei mir. Das wisst ihr ja selber. Und ja, das Ganze soll ja nicht undankbar sein. Ich verlose zwei solch eine Kreuze. Ihr müsst es mir nicht. Ihr müsst mir keine VA machen. Aber wenn ihr eine VA macht und mitspielen möchtet, dann bekommt ihr eben zwei Lose. Und wenn ihr mir in die Videokommentare reinschreibt, bekommt ihr ein Los. Ihr könnt teilnehmen. Ich verlose zwei solch eine Kochkreuze für den Tranguier, Brennpaste oder Buschbox. Kann man überall verwenden. Zumindest kann man das ausprobieren, wo es sonst noch passt. Das ist eine tolle Geschichte. Ich nehme es sehr gern her. Meins ist schon ein bisschen verhust hier. Es verbiegt sich nicht. Man kann das natürlich auch käuflich erwerben. Das ist auch kein Problem. Link ist ja unten drin. Und ja, passt das Ganze. Schönes Design. Danke nochmal Torvi. Und überhaupt. Einfach ein cooles Ding. Weil ich heute sowieso mit dem Tranguier koche, habe ich das dabei. Dadurch, dass ich jetzt 5000 Abonnenten habe und eben ein kleines Special-Video drehen wollte, da ist mir eingefallen, das ist schon Wahnsinn, die alten Zeiten. Wenn man sich an Benjamin Clausner damals erinnert oder an Frankentracking, so hat das bei mir alles angefangen. So kam ich auf Buschkraften. So wie viele andere auch von euch. Viele kennen den Benjamin. Eigentlich kommt man da immer oder stolpert man da immer drüber, wenn man sich für das Thema interessiert. Der Sepp, der macht heute noch das, was er damals gemacht hat. Da hat sich nichts viel geändert. Immer noch klasse. Und so weiter. Viele haben sich verändert. Viele machen gar nichts mehr. Es sind viele Kanäle einfach gestorben. Also nicht die Person, aber die Kanäle eben sind dicht gemacht worden und so weiter. Hat sich viel getan. Und das hat mich auf einen Nostalgie-Trip gebracht. Und das seht ihr dann in meinem nächsten Video. Einfach mal reinschauen. Und zu VA. Also was soll es hier sagen oder in die Kommentare reinschreiben. Ich würde gerne in VA, also wenn ihr eine Videoantwort macht, wie lange ihr schon bei mir auf dem Kanal seid. Und ob ihr die alten Zeiten kennt, noch mit Benjamin Clausner und so weiter. Oder wie das bei mir so angefangen hat, die alten Videos. Macht mir einfach da ein bisschen eine VA, Buschkraft früher. Wie war das damals so für euch selber vielleicht sogar noch. Und ja, bei mir halt auf meinem Kanal und so weiter. Also gar nicht so, nicht warum ihr meinen Kanal anschaut und so. Das braucht ihr nicht alles nicht sagen. Das ist okay. Sondern einfach ein bisschen so über die alten Zeiten quatschen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Und in so vier Wochen oder so mache ich dann die Verlosung hier auf meinem Kanal. Vielleicht interessiert es euch vielleicht auch nicht. Ist egal, es bleibt euch überlassen. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch über die 5000 Abonnenten. Und werde jetzt hier die Zeit draußen im Wald noch absitzen. Gemütlich mit was Leckerem zum Essen. Wie gesagt, das Video kommt auch noch. Ein kleiner Nostalgie-Trip. Ein bisschen drüber reden, wie es früher war. Und was essen. Bis demnächst auf meinem Kanal. Servus. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.